Ich bin jetzt beim Neta-Portal. Ja. Und in den Kisten ist noch sau viel drin! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu VARO3 mit Basti. Ich rede wie ein Vollidiot und wir gehen auf den Server in 3, 2, 1. Ich bin schon drauf. Achso, ja gut. Ja gut, ja gut. Wir hätten das auch einüben können. Ja gut, ne? Okay. Wie sieht's aus? Ich habe jetzt gerade noch Eisen im Ofen. Okay, ich hatte nichts mehr gefunden. Ja, ich werde jetzt noch das Essen in den Ofen machen, was ich noch habe. Wir haben jetzt 10 Eisen. Wir können 2 Helme machen oder eine Hose? Hose ist tendenziell effizienter, aber da wir jetzt rausgehen in dieser Folge, würde ich lieber 2 Helme machen. Okay, dann machen wir das so. So, zack, zack. So, okay. Einen Helm habe ich getroppt. So. Und das andere Teil habe ich angezogen. Perfekt. Ich habe eine Lederhose. Okay. Hast du wahrscheinlich von irgendwas bekommen? Hast du es gehört? Was denn? Wir sind alle auf dem Server. Ja, aber du... Ah, okay. Das war der Kies. Es hat sich so angehört wie Schritte. Ich habe eine Lederhose. Yay. Von einem Skelett. Das habe ich erst jetzt bemerkt. Wollen wir jetzt rausgehen zur Mitte? Wenn wir irgendwann nochmal in die Mitte gehen wollen, dann müssen wir es jetzt tun. Es ist Nacht. Das müssen wir halt auch bedenken. Es ist gerade Nacht? Ja, wir sind auf dem Server, als es gerade Tag wurde. Wir haben jetzt aufgenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt Nacht ist, ist ziemlich hoch. Okay, dann fahren wir noch fünf Minuten und rennen erst dann in die Mitte. Dann kommen wir immer noch wieder hierher zurück. Ja. Aber weißt du, wie ich meine? Ja klar, die Berechnung stimmt schon. Dann habe ich ein bisschen geschlafen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Nacht Probleme bekommen, ist ziemlich hoch. Ja, auch da würde ich dir recht geben. So. Magst du mir vielleicht eine Steinspitzhacke noch machen? Hm, klar. Weißt du was? Komm mal her, komm mal hier. Bevor das hier beginnt lächerlich zu werden. Wo bist denn du? Hinter dir. Ich habe Eisen gefunden. Komm, schau mal, schau mal hier. Hey, hey, hey. Wo bist du denn? Ich bin... Ich sehe dich nicht. Ja, warte kurz. Ach, da bist du. So. Ich sehe dich zwei... Ja, die Lava brodeln. Oh, Mann. Jetzt wollte ich dir eigentlich gerade Holz geben. Damit wir endlich unabhängig voneinander sind. Dann mache ich dir halt einfach nur eine Pickaxe. Ja, eben. Das wollte ich ja. So. Wo bist du? Ich droppe sie dir an unserer ersten Kreuzung. Okay. Vielen Dank für die Pickaxe. Oh, ich habe schon wieder Gold gefunden. Vielen Dank, Willy von dir. So. Ich meine, Gold ist ja schön und gut, aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Eisen. Eisen und Diamanten. Fünf Diamanten. Eigentlich brauchen wir so viel mehr gar nicht. Diamant wird erst später wieder sehr interessant, aber momentan nicht. Okay, ich habe wieder Eisen gefunden. Ich mache hier kurz eine Absperrung, dass ich nicht irgendwie in die Lava geschubst werde. Es ist echt immer dasselbe mit den Leuten, mit denen ich zusammen war. Die finden einfach viel mehr als ich. Echt? Ja. Also ich habe jetzt wirklich gerade sehr viel Eisen gefunden. Und eine Höhle halt. So. Ja, ich finde sowas nie. Mir ist sowas nicht vergönnt. Das ist halt bitter, ne? So. Okay. Das ist natürlich eine Art, wie man effizient da vorankommt. Ich habe jetzt 16 Eisen. Ja, geil. Dann hau rein. Das sind zwei Hosen für uns. Ja, ja. Warte. Warte. Ich laufe kurz den Gang hier weiter. Da ist Lapis noch mehr. Keine Monster. Wie machst du das, Mann? Ich will auch mal so viel finden. Okay. Ähm. Ja, pack das jetzt in den Ofen. Dann machen wir uns Rüstung. Allerdings. Genau. Würde ich mich gerne hier noch entlang buddeln. Einfach aus dem Prinzip, dass... Oh! Wieder Eisen gefunden. Alter. Das gibst du. Weißt du, ich grabe jetzt hier seit Ewigkeiten hier entlang. Und ich habe heute in dieser Folge noch gar nichts gefunden. Ja, das ist halt scheiße bitter, ne? Ja. Das ist wirklich scheiße bitter. Okay. Ich grabe jetzt hier weiter. Dafür verliere ich wenigstens keinen Hunger. Ja, ich auch nicht. Voll seltsam. Mhm. So, ich will jetzt aber Dias finden. Das wäre schön praktisch. Wie gesagt, fünf Diamanten noch. Und wir könnten eigentlich aufhören zu buddeln vorerst. Ja? Ja. Okay. Kriegen wir hin. So. Ja, wäre geil. Also wenn wir das so in den nächsten zwei Minuten schaffen. Weil dann könnten wir uns so langsam aufmachen zur Mitte. Weil eine Sache, die wir natürlich auch bedenken müssen. Wir dürfen nicht mehr hier zurückkehren, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Weil... man ja dann uns zurückverfolgen könnte. Weil wir ja schon in der ersten Folge hierher gekommen sind. Und das ist ein Risiko, das wir eingehen könnten. Aber nicht wollen. Aber ich glaube, dann werden wir gesniped. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dann leben wir einfach nicht mehr lange. Okay. Eben. Ich würde sagen, lass uns das Eisen jetzt einfach reinbringen und abhauen. Von hier. Oder? Komm. Hast du das Eisen noch nicht in den Ofen gesteckt? Nee, nee, nee. Ich habe weiter gebuddelt. Ich habe 27 Eisen. Okay, dann hau das Eisen jetzt sofort rein in zwei Öfen verteilt. Oder mach dir noch einen dritten Öfen, dass es schneller geht. Ich habe 27 Eisen, wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ja, ich habe 0. Aber danke. Eigentlich kann ich das jetzt nur toppen, wenn ich jetzt endlich mal einen Diamant finde. So, ja. Irgendwie schon. Okay, ich habe 8 Öfen gemacht. Aber egal. Okay, gut. Bleibt mir genug Stein. Hast du mehr Kohle noch? Ich habe nur noch 26. Okay, warte mal. Komm mal bitte her. Chill. Das Eis muss eh erstmal durchraten. Hast du genug? Sonst gibt es an unserem Aufgang auch nochmal Kohle. Ja. Aber ich mache das. So, das war meine letzte Fackel. So, ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Oh, das kann doch nicht sein. Ich habe einfach nichts. Äh, Redstone. Ich finde immer nur Redstone. Und den könnten wir zwar nehmen und zu nehmen, aber... So, äh, magst du zurückkommen? Ja. Magst du zurückkommen? Ich sehe es einfach nicht ein, dass ich nichts finde. Ja, wie viel... Ah, Eisen. Dankeschön. Der letzte Block, den ich weggeschlagen habe, ist natürlich das Eisen. Wie viel Zeit haben wir noch? So, okay. Ich mache mir jetzt eine Hose. Eine Eisenhose mache ich mir jetzt. In Ordnung? Super. Da finde ich Eisen. Weißt du, wie viel ich gefunden habe? Gut. Wie viel? Vier. Ja, GG. So. Ja, danke. Ich mache jetzt dir noch die Hose. So. Und komm. So. Für dich habe ich jetzt die Hose gemacht. Ähm, was wir uns auch überlegen könnten ist, ob wir noch, wenn wir noch übrig haben... Warte, hier die Hose. So. Ob wir uns noch eine Eisenspitzhacke machen. Ja. Wenn noch was übrig ist. Dann können wir nämlich noch schnell das Gold einsammeln. Ich mache mir jetzt Schuhe. Ich mache mir jetzt Schuhe. Zwei, sechs. So, ich bin, ich bin full Iron. Okay, warte. Ich bin full Iron. Gut, perfekt. Gib mir eine Sekunde. Ja, wir haben noch genug für eine Iron Pickaxe. So. Weil ich würde das Gold nämlich gerne mitnehmen. Skate, ich mache dir jetzt Schuhe. Ich habe schon Schuhe. Halt, stopp, 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 stopp. Ah, du Penner. Jetzt habe ich schon Schuhe gemacht. Na, super. Äh, zu spät gesagt. Das war gut gemeint. Egal. Egal. Also, wir haben jetzt durch den Fail noch genug für einen Eimer und eine Iron Pickaxe. Also, ich mache jetzt eine Iron Pickaxe. Gut. Ja, ne, dann ist ja gut. So. Ähm. So, dann nehmen wir nämlich noch ein kleines Gold mit. Weil Goldäpfel sind geil, by the way. Dann, dann, dann mach hin, ne. Weil, äh, raus müssen wir jetzt so oder so. Ja. Hier. Auf jeden Fall. Wie viel Zeit haben wir noch? Äh, wir sind jetzt bei sieben Minuten gerade. Okay, okay, das ist in Ordnung. So. Ich habe aber zwei Goldvorkommen gefunden. Ich hätte nämlich, dann hätten wir nämlich einmal genug Gold für einen Goldapfel. Magst du dich vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen beeilen? Ich nehme die Weltanschmitte. Ja, ich hätte hier irgendwo schon mal Gold gefunden. Die Öfen könnten wir stehen lassen. Da ist jetzt eh nichts mehr, äh, Wichtiges drin. Wo hatte ich denn das Gold gefunden, Mann? So, ich habe drei, drei Eisen mit. Äh, warte. Ich habe, psst. Warte. Wenn ich dieses Goldvorkommen finde, haben wir schon mal einen Goldapfel. Also. Oh, Skate, du verbrauchst zu viel Zeit. Wir müssen jetzt einfach raus. Äh, okay. Scheiß auf das Gold. Fuck. Jetzt noch nicht. Ah, ich habe es gefunden. Gut, gut, gut. Bau es einfach schnell ab. Ich, ich habe jetzt noch drei Stück. Soll ich mir einen Eimer Wasser machen? Ja. Auf jeden Fall. Okay, einmal habe ich. Dann, ähm, gut. Okay, wunderbar. Okay, ich habe 14 Gold. Sehr schön. 14 Gold. Das sind zwei zu wenig für einen zweiten Goldapfel. Aber es sind 14 Gold. Komm mit. Die Öfen können wir stehen lassen. Okay. Ich habe noch fünf Stück mit dabei. So. Ey. Okay. Ja, warte. Das ist jetzt halt blöd. Ja, gut. Jetzt musst du hinterher. So. Dann lass uns jetzt zur Mitte laufen. Mhm. Wird knapp. Aber schaffen wir irgendwie. Ich meine, sprinten können wir ja. Aber so das Essen reicht, sage ich jetzt mal. Mhm. Mir wird es knapp. Was hast du? Wie viel? Was? Ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch, ich muss essen. Ich habe jetzt noch drei Essen und schon zwei Hungerbalken verloren. Ich habe noch genug Essen. Das müsste für uns beide reichen. Okay, das ist gut. Jetzt müsste aber Tag sein draußen, ne? Damit wir uns richtig verstehen. Ja. Tag. Perfekt. Sehr gut. Komm mit. So. Nicht springen, einfach laufen. Ja. Einfach sprinten. Huh. Das schaffen wir auf jeden Fall in die Mitte. Gut. Hoffentlich haben wir dort Glück mit dem Equip, das ist einfach noch kein anderer. Ja. Das kann durchaus sein. Bei Varro 2, ich weiß, dass Xander irgendwann in der x-ten Folge zufälligerweise mal in der Mitte war. Und da war noch keiner. Okay, Leute. Das mache ich einfach. Das ist krass. Und die Augen aufhalten nach Zuckerrohr. Passt auf. Ja, auf jeden Fall. Und da oben ist ein Schwein, da ist ein Schaf. Gut. Alles mitnehmen direkt. So. Oh, das sind noch mehr Schweine. Ja. Perfekt. Boah, das sind richtig viele Schweine. Ja, gut. Das ist gut. Holst du dir auf den Bäumen? Ja, ich hole jemanden. Soll ich ein paar Blumen pflücken? Oh, das ist zu gefährlich. Ein paar Blumen. Nein. Warum nicht? Wir brauchen keine Blumen. Hä, warum? Ja, einfach. Ich wollte dir eine Blume schenken. Achso. Das ist schön. Das ist lieb gemeint, aber ich habe dich verloren. Ähm. Ja, ich bin Richtung Mitte. So. Ah, ich sehe dich. Okay, hier ist wieder ein Schwein. Wenn sich jetzt noch jemand einloggt. Oh, das wäre so bitter, gell? Ich glaube, ich würde weinen. Da ist ein Netterportal. So, da ist ein Netterportal. Perfekt. Und, pass auf. Ähm. Wo graben wir uns dann wieder runter? Ist ja eigentlich dann egal wo. Weil, äh. Ich würde wieder in dieselbe Richtung gehen. Wieder dieselbe Richtung. Sicher? Ja, oder? Ich weiß es nicht. So. Ähm. Bin jetzt beim Netterportal. Ja. Und in den Kisten ist noch sau viel drin. Alter, nice. Holy shit. Alter, die haben die, die haben, keiner hat die mit gelootet. Jawohl, nice. Wie geil ist das denn? Das ist wirklich geil. Okay, das ist, das ist ein Jackpot. Alter, geil. Hoffentlich gibt's hier. Einen Apfel, ich hab einen Apfel, ich hab einen Apfel. So. Ich hab auch Stuff hier. So. Okay, an Essen soll das jetzt kein Problem mehr geben. Ey, wie geil ist das denn? So, äh, die Pilze habe ich jetzt gerade nicht mitgenommen, weil es sonst... Hier gab's kein Zuckerrohr. Nee, aber schwerter. Das ist schlechter. Dann lass, dann lass, dann lass, dann lass in Richtung von, von einem See laufen. Vielleicht finden wir da drüben Zuckerrohr. In Ordnung. Sehr geil. Alter. Full Iron, Full Iron und Mitte gelootet. Also am Essen, vom, vom Essen her finde ich das jetzt sehr praktisch, ne? Ja, das kommt uns auf jeden Fall sehr entgegen. Okay. Ähm, ich glaube aber, dass jetzt hier weniger Zuckerrohr sein wird, weil, oder außer es waren Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Ähm, okay, da ist ein Schwein. Und Achtung, da geht's tief runter. Ja, aber da ist auch Eisen. Ich schnapp mir das Wasser. Ja, gut. Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Ähm, noch circa vier Minuten. Okay. Ich höre eine Spinne. Ah, wollen wir das Schwein jetzt unbedingt holen da unten? Nein, nein, nein. Da unten sind hundertpro auch andere. Ja, dann lass deine Last raus hier. Ja, komm. Komm, einfach jetzt zusammenbleiben. Ja. Komm mit. In diese Richtung da hinten, oder? Ja. So. Huh. Du bist hinter mir? Ja, ich bin direkt hinter dir. Schön aufpassen. Okay. Alles gut. Wir kriegen das geregelt. Brauchen wir Clay? Nein. Ne, wir haben jetzt noch drei Minuten. Gut. In drei Minuten sollten wir tief genug das... Es gibt hier wieder kein Zuckerrohr. Boah, es ist in jedem Varo dasselbe, ey. Es ist immer das... Es ist immer das... Ja, enthalten was genau so. Lass einfach hier entlang. Lass noch ein kleines bisschen laufen. Ja. Hier am Fluss einfach entlang, würde ich sagen. Ja. Und dann graben wir uns ein und machen zu. Ja, nice. Full Iron, finde ich gut. Und Mitte gelootet, finde ich auch gut. Also... Ja. Folge war produktiv. Fand ich jetzt. Also finde ich persönlich. Nicht, dass es uns jetzt den großen Boost gegeben hätte, aber... Ne, aber äh... Schaden tut's auf jeden Fall gar nicht. Und wir waren schnell genug. Lass noch über diesen Fluss drüber und dann... Uh. Ich seh hier... Ähm, ja. Wir müssen definitiv jetzt runter, sonst schaffen wir es nicht mehr. Okay, dann lass uns einfach jetzt hier am Baum runter. Du machst hinter mir zu. Okay. Mit Erde. Ja. So, okay. Perfekt. Keine Koordinaten zeigen und so weiter und so fort. So. Ja, ja. Können wir ja zensieren. So. Der Weltuntergang. Okay, gut. Das wir nach wie vor keinen Schilf haben, sehe ich momentan als das größte Problem überhaupt. Ist wirklich das größte Problem. So. Schön weit runter. Okay, Eisen gefunden. Äh... Ich geh doch nach Hause, Mann. Nimm du das dann. Ähm, sonst muss ich die Treppe, äh... Ja. Weißt du, wie ich mein? So. Ja, ja, genau. Okay, gut. Ähm. Cool, dann haben wir auch genug für den zweiten Wassereimer. Sollten wir unterirdisch zufälligerweise Wasser finden. Das passt ja dann perfekt. Okay. Äh, Holz hast du genug? Äh, nach wie vor vier, sechs. Okay. Äh, als, als ganz. Boah, wir haben Essen. Das ist echt cool. Also das ist, äh, wow. Vor allem haben wir drei Äpfel gefunden. Das heißt, Goldäpfel haben wir auf jeden Fall auch. Das ist perfekt. Okay. Und Full Iron und... Ja, wenn wir jetzt noch Schilf hätten. Okay, ähm, hab jetzt keine Hacke mehr. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Ja. Ich hab dir eine gedroppt. Okay, okay. Das ist gut. Äh, warte. Ähm, Mist. Ah! Moment, ich muss sie aufnehmen. So. Ernsthaft, wenn wir jetzt, ähm, noch's geschafft hätten, Schilf zu finden, dann wär ich sowas von zuversichtlich, aber... Das wär die ultimativste Folge gewesen. Und produktiv. Ja, das wär echt... Es wär unglaublich gewesen. Aber wir wollen halt auf die Zeit gucken und gucken, dass es, äh, nicht nach hinten losgeht, so. Ja, genau. Aber ich kann jetzt wenigstens sagen, ich hab drei Folgen Waro überlebt. Das stimmt. Ja, das können wir mit Sicherheit sagen. Wir kriegen... Wieder Eisen. Wir kriegen... Hey, ernsthaft, Mann. Das Geld, das ist einfach meine, äh, wie soll ich jetzt... Deine Bestimmung. Warte, äh, lauf mal kurz durch, dass du das Eisen einsammelst. Mein Inventar ist voll. So. Okay. Ja, ich habe schon wieder zwölf. Wollen wir hier fertig machen? Welche Ebene sind wir? Hm. Ist scheißegal, noch nicht tief genug. Okay. So, ich hau ja schon mal ein bisschen rein. Okay, warte mal. Da oben tropft Wasser runter. Geh mal auf die Seite. Okay. Ne, wir werden gekickt. Oh, das ist cool. Okay. Okay. Bleib hier stehen einfach und dann würde ich sagen... Geil. Einfach geilo. Puh. Freut mich riesig, dass es... Ja, das war effizient. Es war eine gute Folge. Muss man einfach sagen. War. 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 Ich würde sagen, äh... Ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Schiff. Schiff. Ich will Schiff. 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 Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.